ja hallo herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen marsch mit mir den stevie hier erst mal alles wieder in gang kriegen gar nicht so einfach so der möchte abgetankt werden der hat auch noch ein bisschen luft hat zwar sein rohr schon raus fahren den mal hier rein er sollte ja noch ein stück fahren dann hoffe ich mal dass der abfahrer ihn noch erwischt ist die ballenpresse auffällt 46 fertig das ist der abfahrer von feld 59 ist genau richtig der hat aber auch nur noch 16 prozent luft oh feld 32 richtig ja nee 23 ist durch können wir zusammenklappen nee falsch wohin können wir den schicken einmal schauen ich glaube da war noch ein dinkelfeld ein kleines hatten wir fällt drei auch dinkel ja dann soll der rüberfahren zu drei das ist ja die gleiche frucht da brauchen wir den abfahrer auch nicht leer machen nochmal zurück da komme ich nicht rum so dann könnte ich den ja erst mal den kurs lassen auf drei schicken und die ballenpresse dann hier runter das mal raus lassen den kurs löschen zusammenklappen und ich schon gleich den kurs verdoppeln sollen so dann gehen wir mal wieder zurück in dem duplizieren gehen wir nochmal zurück und holen uns den kurs gleich hoch und dann kann der auch weg der ist richtung welt 23 unterwegs hier habe ich schon mal den mulcher hingeschickt aber hier müssen ja noch ein paar ballen gesammelt werden ich mach den mal aus glaube der muss bestimmt noch zweimal sammeln weiß nicht wen er sich jetzt holt ach so der schreibt sogar ballen übrig 62 also mal gucken ob das mal so stimmt das wären 41 die letzte tour mit 21 hat aber jetzt nicht aktualisiert ich weiß nicht ob das wie genau das ist ballenpresse ist unterwegs und er ist unterwegs zur ölmühle wird am hof vorbei ist natürlich ja gut das fällt ist es glaube der hat nur eine ausfahrt hier vorne wir können ja mal hinspringen ölmühle wie viel haben wir insgesamt schon hingebracht habs 200.000 haben wir knapp also zwei ladungen können wir noch liefern davon ist das die erste hier durch und dann gehen wir hier das größere tor habsöl olivenöl sonnenblumenöl haben wir jetzt nicht so viel und da kriegen ja bestimmt auch noch eine ernte zusammen ja der muss natürlich warten so hier sind wir auf Feld 1 gewesen das ist abgeerntet Feld 3 macht der macht der Drescher genau das ist er nämlich schon Feld 1 müsste nämlich da vorne noch stehen dann könnten wir ja einen Abfahrer ach ne Abfahrer zu 59 schicken damit es da ein bisschen schneller geht dann können wir lieber hier vorne kommen den alten Kurs löschen neuen generieren wie gehabt zwei Vorgewände und starten dann können wir den Abfahrer wo ist er den müssen wir auch los schicken er will die Steine los werden da kümmern wir uns gleich drum hier sind wir dann sollen wir zu Feld 3 fahren dann kann er nämlich hier gleich loslegen erster Wegpunkt und Abmarsch Ankunft des Rapses 50.000 50.000 ja passt genau noch eine Lieferung 50.000 dann haben wir hier für ein Jahr Ruhe genau genau geht auch genau rein der läuft der kann noch nicht er fährt jetzt können wir uns hier drum kümmern er ist auf jeden Fall leer dann lassen wir mal zwei machen wenn wir eigentlich von hier direkt rüber gehen erstmal aufklappen können wir ja mit 13,5 neu generieren ist hier kein problem mit dem Kurs generieren und starten Kritikale Herr Dinkel drin dann kann er Feld 2 abfahren mal gucken ob er sich in Bewegung setzt und der macht auch Feld 2 er fährt aber jetzt direkt rüber dann sollten wir den anderen wahrscheinlich auch rüber setzen einmal hier raus fahren so und hier wo die BG einkommt müssen wir auch noch frei machen das hat er geschrieben oder Daniel das hat die Kollision weg machen hier zur nächsten Version also schätze ich mal also jetzt Donnerstag soll ja wieder ein Update kommen dass wir dann die Gülle Behälter ohne diesen ja ohne die Kollision haben so du machst nichts mehr oder ne also warum ich in den nicht rein konnte der ist wirklich einmal zu tief reingefahren oder zuletzt haben wir es ja auch gesehen er stand nämlich als ich das Spiel neu geladen hatte nämlich am am Händler hat sich dann quasi selber zurückgesetzt so was sagt er denn jetzt noch wenn ich jetzt sage wieder starten er ist bei 29 jetzt das könnte ungefähr passen wir kriegen hier noch welche mit so der wartet noch auf den wo ist der denn er kommt jetzt dann können wir hier auch gleich was wäre jetzt blöd die Mulcher hier runter fahren ich glaube das machen wir wenn er da oben soweit alles fertig hat der geht ja dann auf 64 meine ich also wir sind ja jetzt hier 64 ist ja komplett liegt noch schon alles und den Schwandleger habe ich hier auf Richtung 57 verlegt aber da ist ja eine Bahn dazwischen die nicht ja die eine spätere Reifung hat also wahrscheinlich im nächsten Monat aber Raps können wir ja da ohne Probleme noch ernten genau da können wir diesen Streifen noch abwarten dann kommt der retikale ja kommt wir können auch mal gucken was haben wir bei der Mehlfabrik besuchen momentan läuft alles Dinkelmehl haben wir jetzt viel hingeliefert wie viel brauchen wir denn da über das ganze Jahr 20 50 60.000 pro Monat mal 12 600 720 ja das das hätten wir ja nur niemals hier wenn wir voll machen ok da werden wir auch nicht dran kommen weil so viel Dinkel haben wir nicht und auch vielleicht nur Weizen er steht gut und er kommt zurück oh oh hier müssen wir glaube ich einschreiten dann willst du auch noch warum willst du denn auch noch das war es nämlich schon ich glaube da müssen wir uns mal hier der kann ja noch nicht mal zurück nein verkehrt jetzt habt ihr schon die Frucht kaputt gefahren warum willst du jetzt schon wieder rein verstehe ich nicht hoffentlich fährt er jetzt wenigstens weiter so haben wir mit einem kleinen Verlust er fährt ganz woanders hin so er ist aber voll wenn wir jetzt schalten wenn wir jetzt schalten und er entlässt uns gar nicht mehr dann sollten ja nach Adam Riese noch 21 Ballen hier liegen so dann fangen wir mal Richtung Verkaufspunkt Gärtnerei wie immer und hier kommen wir so langsam zum Ende noch drei Bahnen dann hätten wir 64 für die Raffinerie kommt bestimmt einiges zusammen wir sind 10.000 er ist schon fast wieder voll schauen wir mal so du kannst noch nicht und dich müssen wir gleich auf die richtige Position setzen wo du weiter machen sollst der Punkt ist aber wohl so bescheiden da hinten dass sie genau so stehen hier kommt die nächste Ladung Stroh 20.000 gibt es sogar ein bisschen mehr 23 so dann wieder zu 46 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 ganz voll sorry dann werden wir ihn trotzdem noch mit rüber nehmen und dann nochmal voll machen zur Ölmühle und dann werden wir ihn umstellen dann ist der Weg auch nicht mehr so lang er zieht hier schön seine Bahn Ballenpressen Weizenmehl könnten wir nochmal zum zur Mehlfabrik bringen dann ist die oben auch raus aber momentan keine Abfahrer obwohl Feld 2 bräuchte ja keine 2 aber gut ich lass den mal da stehen so der Dinkel möchte gerne getankt werden kann er hier auf der kurzen Bahn machen ich hoffe er schafft das so hier müssen wir einmal schauen ich glaube nicht dass er zum zum richtigen Punkt fährt wir schauen mal auf auf die Karte wo oben sind wir ja und er müsste hier rüber fahren hätte überhaupt los ne er fängt genau da an hier liegen noch ein paar Steine hier liegen noch ein paar Steine hier liegt noch ein paar Steine nicht das letzte mal glaube ich wir müssen den ansätzen hier oder eine bahn weiter dann weiter hier nächster wegpunkt dann brauchen wir uns aber auch über den jetzt nicht mehr kümmern es sei denn er möchte wieder auf den nächsten punkt gesetzt werden aber dann wird er erstmal mit 10.000 deine voll werden haben wir nämlich das feld hier auch gut vorbereitet wie man sieht und da liegen einige steine drauf und nur rote und der dürfte aber jetzt weg fahren mit 98 prozent gut das wird nichts und jetzt schauen wir mal ob hier wirklich noch 21 ballen liegen die jährige richtung mal ansteuern und 22 ok werden wir aber dann mit der tour hier alle weg bekommen da kommt der abfahrer schon jetzt weiß ich auch warum er genau auf diese bahn fährt er will ihn abtanken steht ihn jetzt genau gegenüber und wenn er jetzt die informationen nicht kriegt dass er voll ist so ungefähr steht denn jetzt gleich gegenüber er fährt schon zurück das macht er alleine aber wie gesagt er müsste ja nicht nur gerade zurück dann kriegt er hier noch 30 dann fehlen noch müssen wir den mit rüber nehmen kein problem so hier läuft es auch eigentlich ganz gut wie gesagt wir haben einmal auf den kurs wieder gesetzt weil er den nicht selber findet und auch schon wieder fünf prozent wie gesagt ich habe hier teilweise gar keine steine drauf und dann wieder richtig fläche mit stein und dann Oh. dann wird schief gehen der hat er jetzt auf die zweite bahn das macht er auf jeden fall ich glaube nämlich nicht dass er noch mal den einen abfahrt der jetzt halb auf feld 1 steht noch mal die kurve kriegt aber wir werden sehen so die nächste ladung 50.000 dann haben wir die 300.000 hier voll die passen sogar 600.000 ein der hier können wir auch gleich einmal zurück setzen und vielleicht sogar auch wieder aufs feld weil er ist hier an der laterne schon bleibt er hängen noch sieben sagt er mir wir können auch mal wieder die anschalten einmal schauen 1,2,3,4,5,6 ja einen hat er gerade gesammelt müsste passen da liegen noch drei schön beieinander dann können wir ups dann musst du da runter wie viel liegen denn da drei stück das ist hier alle vor dir her geschoben so dann noch mal hier weiter so liebe freunde das war's von dieser folge ich hoffe es hat euch gefallen ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir den Stili ciao ciao ciao